Ich bin MikadoLP und ja ich muss euch was erzählen, ich habe jetzt gerade eine ziemlich coole Folge Minecraft aufgenommen, Singleplayer. Ja, also ich nehme die halt so auf, gebe mir ganz viel Mühe, farm ganz viel Zeug zusammen, ich habe wirklich sehr viel Zeug gefarmt, lasse im Hintergrund in etwa die Musik laufen, die jetzt gerade läuft und ja, dachte mir ja, erstes Mal mit dieser Musik. Und was mache ich? Ja, natürlich schaue ich rein, Ton, das erste Lied lang wirklich perfekt, ohne Spaß. Und dann, ich starte, ich schaue die paar Minuten später und die Musik übertönt mich einfach völligst. Man hört mich überhaupt nicht mehr reden. Es ist einfach das Schlimmste, was es gibt. Ich würde mir am liebsten, ich schäme mich im Grunde im Boden. Ihr verpasst wirklich eine Folge Minecraft durch mich, weil ich ein kompletter Vollidiot bin. Und ja, es tut mir so leid und ich möchte beginnen. Ich bringe morgen, also von euch aus Donnerstag, eine super epische 20 Minuten Folge. Ich versuche das mit der Musik in den Griff zu kriegen. Ich downloade sie mir einfach, spiele sie im Hintergrund ab, aber es tut mir leid. Ich... Ja, ich bin einfach ein Vollidiot. Also Leute, ich kann eigentlich nichts mehr sagen als ciao, es tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Let's play Minecraft mit mir, dem MikadoLP. Ich versuche das mit mir, dem MikadoLP.